Ich bin noch im Modus von Just Cause und bin überall mit meinem Kletterhaken dran. Das funktioniert hier nicht so gut. Da ist die Kiste. Ach, hier ist alles runtergestürzt. Okay. Hallo? Bist du Freund oder Feind? Du bist mir recht träge. It's a trap. Oder auch nicht. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Äh, ich glaube nicht. So, damit haben wir die Semper Vieh. Jemand hat sich dieses Foto oft angestellt. Ach so, okay. Das habe ich schon. Den hatte ich auch schon. Schützplakette. Alte Münzen. Okay. Nun gut. Wie komme ich jetzt da hin? Vielleicht von da aus. Das ist ein Dokument. Und Zeug. Und noch mehr Zeug. Und noch mehr Zeug. mit. Wenn wir können. So, wie kriege ich jetzt Feuer an? Achso. Die Kameraden kriege ich ja so gefeuert. Die Frage ist natürlich, ich müsste dann ja eigentlich den hier hochziehen. Ja. Darf ich? Klappt das? Das klappt. ja erst mal hinfallen das gute bergungs gut und mit statu haben wir hier fliegt wahrscheinlich irgendwo geocache rum natürlich und nun so will ich bis nach da ich muss eigentlich geocache habe ich nicht so interesse daran muss ich zugeben ich kann ja zum lück ganz easy zurückklettern dokument sein hier neben wir draußen wo denn doch so wie nach meiner es mangelt mir an nichts als priesterin der sonnenkönigin stehe ich am hofe über allen anderen ich werde geschuld in sprachen etikette geschichte kriegsführung alles was zum herrschen von nöten ist und die königin ist wie eine mutter zu mir waren fürsorglich liebend doch es fühlt sich falsch an wie eine art schauspiel auch die anderen priesterinnen sind beunruhigt einige fühlen dasselbe wie ich vielleicht sogar alle aber warum wovor haben wir angst ist vielleicht so diese ahnung eventuell lebendig verbrannt zu werden weil ich bin jetzt kein experte ich muss da runter muss offenbar da runter nix alles gut ich habe sich auch deutlich smarter machen können schade mir war das aufgefallen naja ok schade Geh hier! gibt es noch so was munition die ich nicht brauche ich muss rüber es kommt auf jeden fall hier unten an das ist unabhängig ich habe nichts gesehen ich konnte nicht recht super ziehen ach man also manche Stellen hier sind echt die Pest ja ja die Pest ja dicht bewegen die 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 das schlug die Oh. Das Rudolf Heimschirm, der sinkt kaum. Hilfe! Hilfe! Dass sie sich beim Hinfallen noch nicht aus Versehen ihren Eispickel ins Bein gerammt hat, ne? Das sieht doch schick aus. Hier finde ich nichts, ne? Alte Reifen, das ist immer gut. Kann man mal gebrauchen. Ja, schon schick. Das sieht echt schön aus, wenn du da rüber guckst, ist... Barackenstadt, wie viele Leute wohnen hier. Ich hab jetzt gedacht, ich müsste da nicht unbedingt... Mit einem Heli, der hier schon seit Jahren rumsteht. Das ist nur noch... Was ist los? Ein Gefangener hatte sich in der Werkstatt gestreckt. Der Somalier nimmt sich gerade vor. Was ist mit dem anderen? Bislang nichts. Wir müssen weiter weg. Okay, sehen wir uns den Job an. Hm? Oh, das tut weh. Ich dachte, mit einer Hand ist nicht. Oder? Zu schmerzhaft. Okay. So, hier hoch. So schön hin. Wie kam ich gerade her? Ja. Muss ich irgendwie flirre tauchen oder so? Da hab ich eigentlich so Bock drauf. Der Gestank. Ja. Altes Abwasser und ja, verwesene Tierkendava und die Leichen. Das ist gut für die Wunden. Ich weiß nicht, ob man sich brechen. Bitte. Das ist gut für die Wunden. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das ist gut für die Mädchen. Wir wollten sie retten. Befreies will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Ich hoffe, sie ist die eine. ganz ruhig hauptsache Schach Gewehr, alle Angaben ohne Gewehr Gut, dass ich da nicht sofort reingelatscht bin Sehr doof gewesen Hatte ich schon Hatte ich auch schon Da ist nur Dreck Ruhig dich, Kleines, beruhig dich Das wird nicht funktionieren Get to the chopper Mit der Da oben So Aufhol Achso Das Ding fällt doch garantiert noch runter So Slice Entschuldigung Oh ja Wunder ausbrennen Hmm Kannst du aber wissen Die freut sich richtig Auf eine Art Besuch und eine Dusche Ja Roth, hörst du mich? Roth Roth Lara, bist du okay? Ja Du klingst aber nicht so Es geht mir gut, Roth Wo bist du jetzt? In einer Art Barattensiedlung In der Nähe des Palasts Ich steig immer noch den Berg runter Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte Ich kann die Siedlung von hier sehen Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu Die Outsiderin Scheiße Dann Na! Na, wo ist er denn? Die Frage, muss ich jetzt vorankommen? Oder darf ich mich erstmal um einen hohen Blücher kümmern? Oh, ein Bein. Offenbar darf ich mich um die kümmern. Einsammeln. Achso, warum nicht? Es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Das Helm ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Und das Handy. So. Das kann ich hier nochmal machen. Ich kriege das Doppelmagazin durch den Schlechtlaufmantel. Ich laufbremse. so ist klar ist hier noch irgendwas das sieht nicht danach aus ok wo jeweils lang mit ist nix da ist noch munition haben wir auch schon genug na die händler darf ich sie noten werden sie bluten dankeschön mit das umgucken hier aha traditionelle männerkleidung keine taschen in roh waren kleine behälter für persönlichen besitz eine art frühformen des geldbeutels schick schick ok mit weiß lässt uns nach starken männern für die bruderschaft suchen klug sollen sie nicht sein sie sollen nur befehle befolgen und arbeiten wer fragen stellt oder sich weigert wird sofort getötet und über die frauen entscheidet mit weiß die meisten werden den dunklen wesen geopfert einige für das ritual ausgewählt wir machen bei der kranken zeremonie mit einige brüder glauben langsam sogar daran etwas kontrolliert diese stürme rund um die verfluchte insel und lässt uns nicht fort vater matthias redet angeblich damit mit ihr diesem geist der sonnenkönigin oder so ich weiß nicht was ich glauben soll aber ich tue alles um zu überleben ok das wäre es gucke ich mal gerade grob durch die gegend ob ich noch irgendwas vergessen haben könnte wahrscheinlich habe ich das auch da muss ich hin irgendwo da vorne ist noch ein dokument so ungefähr da drüben da drüben oh 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 oh